Hallo meine Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu Metro Redux. Also da wo die Viecher herkommen, da wollen die mich offensichtlich hinschicken. Ich lade nochmal kurz die Lampe und dann, was soll's, renne ich los. Ich habe keine Ahnung wo ich hin soll. Oh. Okay, schon toll. Das ging aber schnell. Schon tot? Wie war das in den linken Tunnel? Den Sprengtrupp finden. So weit wie möglich in den linken Tunnel. Au, au, au. Okay. Ich muss glaube ich meine Lampe nochmal laden. Ne, okay. Da kommen wieder welche. Warum treffe ich mich? Verdammt. Also mit der trifft man manchmal echt nicht. Vor allem wenn man so hektisch ist. Okay, vielleicht sollte ich nicht so lange warten, immer. Hier geht's nicht weiter, ne? Komm ich hier hoch? Ne. Hä? Ich sollte doch den Sprengtrupp finden. Okay, da kommen schon wieder welche. Ah, okay. Ich darf die gar nicht so... Ich darf die gar nicht so nah rankommen lassen. Ich dachte, die Streuung wäre schlimmer. Okay, ist hier der Sprengtrupp? Sprengtrupp? Hier oben. Hey, wo willst du denn? Ich glaube, ich renne im Kreis. Oh-oh. Autsch. Ich muss weg. Alter. Solche Sackgesichter. Oh. Huch. Okay. Da ging's den Tod. Oh nö, nicht hier. Ich weiß halt auch nicht, wo ich hin soll, weiss? Hier hoch vielleicht? Hier hoch vielleicht? Ach, Leute. Also hier kann ich nicht weiter, ne? Ne. Hier geht's in den Tod. Wow. Spawnpunkt. Okay, hier ist also der Spawnpunkt. Okay, und die rennen da runter. Wo ist, wo ist der Sprengtrupp denn? Oh. Oh, hier hast du. Darf ich hier nicht weiter, oder? Ne, offensichtlich darf ich hier nicht weiter. Die sagen, ah. Oh, ist das das Sprengzeug? Na, endlich. Hör auf damit. Ich sag dir Schluss. Okay. Mir gehen so langsam die Mediapacks aus. Und ich soll so weit in den Tunnel wie möglich? In welchen Tunnel in den hier? Autsch. Ah, und ich idiot, stehe auch noch ins Feuer. Ich glaube, ich soll in diesen Tunnel. Kann das sein? Nö, hier geht's nicht weiter. Ach ja. Mal eben nochmal die Lampe aufladen. Also hier. Ne, das ist, äh. Ich glaube, mit der Schrotflinte hier bin ich ganz gut bedient. Autsch. Helf mir. Okay, also ich hab dieses... Steht das da? Ich muss nochmal gucken, ob da... Oh, oh, da kommen wieder welche. Nein, nicht das Feuerzeug. Umdrehen, da kommt noch welche. Ich würde gern, ähm... So, wie kann ich... Nein. Nein. Ja. Verfluchte Stationen, finden Sie einen Weg, die Luftschleuse zu schließen. Zerstören Sie den linken Tunnel mit der Bombe. Okay, den linken Tunnel. Oh, ich hab wieder Munition gefunden. Sehr gut. Aber... Ich belasse es mal bei der... Munition hier. Auf zu springen. Hier, blöden Viecher. Okay, wie soll ich dieses Ding... Oh. Ach, dieses Loch da, glaube ich, soll ich in die Luft springen. Kann das sein? Dieses Loch, wo die herkommen. Boah, Alter. Ich krieg jedes Mal Gänsehaut. Oh, und du auch noch? Oh, oh. Schön in die Fresse schießen. Alter, wie viele kommen denn da jetzt noch? Ja, klar. So, war es das jetzt? Okay. Ah, endlich. Jetzt aber weg. Ach, anzünden muss man es auch noch. Lauf, Forrest, lauuf! Oh, oh. Schneller, 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 schneller. Schneller, schneller, schneller. Okay. Feuer, Feuer, Feuer. Feuer, 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 oh, oh. Okay, ich glaube, ich habe es geschafft. Was? 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 Was macht... Wie gucken die denn? Oh, oh. Oh, oh. helft bier und sie machen gar nichts ich werde hier angegriffen ich habe keine schrot munition mehr bitte was wollen die mich verarschen ich habe den tunnel gesprengt da gibt es munition kann ich nicht gibt es immer wieder munition wie war das mit diesen sprengdingern hoch wie kann ich die alternativen dinger hier ausrüsten ich muss mal kurz das geht so nicht leute leute ich bin durch 1 2 3 schießen alternative ist feuer nachladen sekundär waffe 10 nachkampf angriff vielleicht sie hoch tschuldigung also das könnte ich auf die schmeißen ok die verbrennen ganz gut also nochmal das ist feuer das ist ich habe keine ahnung was das ist ich habe keine ahnung was ich tun soll der tunnel ist doch jetzt der ist doch jetzt dicht na toll na toll jetzt ja und jetzt ist jetzt hier zu oder nicht ach hier ist jetzt zu ok ich habe aber doch nur einmal sprengstoff gefunden oder habe ich mehrmals sprengstoff gefunden habe ich denn jetzt noch munition ich glaube ja nicht ok die lassen mich nicht durch was ist das die habe ich auch oder ja die ist sogar noch besser die hatte noch ein upgrade hier ist sonst nichts mehr munitionstechnisch wäre gar nicht schlecht und hier komme ich auch nicht durch aber von hier kommen auch keine glaube ich na toll also dieser tunnel ist doch jetzt zu oder hier ist sowieso zu und keine munition da ist doch irgendwas oder sind es meine jungs okay da kommt einer okay hier gibt es nochmal munition sehr gut also die munition hier die fühlt sich wieder auf ich lade mal alles nochmal durch aber sonst ok sonst ist ja nicht mehr viel was mit dem wo kommen die noch her von hier ja wohl nicht vielleicht von dahinten ne von dahinten kam ich ne von dahinten kam ich hä also ich habe echt keinen plan oh oh toll kann ich das nicht nehmen genau dieses ding bräuchte ich doch war jetzt hier noch was oder nicht man ist dicht hä ach leute wo geht es denn lang moment mal geht es hier drüben nein geht es hier drüben was ist das denn der komische runde rucksack ich glaube ich muss mal mein strom wieder nach waren hier frisst das wo geht der hin moment mal wo ist der her gekommen hä da ist doch nichts ich guck die ganze zeit wo die her kommen könnten aber ich sehe da nichts hier ist dicht und hier und da kommen wir doch ne ja also freunde ich habe keine ahnung und es ist schon kurz vor drei das heißt ich werde jetzt eine session pause machen toll da gibt es jetzt nichts mehr ähm was war das krankes geräusch wie gesagt eine aufnahme session pause gleich und dann werde ich eh hier beim letzten speicherpunkt weiterspielen müssen also ich glaube den muss man einigermaßen in den kopf schießen die lassen mich hier nicht durch ne ich kapiere es nicht hier ist der tunnel dicht da habe ich den dicht gesprengt ne ja da drüben da drüben ist sowieso hier ist sowieso dicht also kann es eigentlich nur in diese richtung weitergehen aber da lag glaube ich der typ rum und da war eh dicht ja ich kapiere es nicht dann muss ja auf der anderen seite da ist der zug ja also jetzt habe ich alle vier himmels richtungen abgefrühstückt ich komme nicht drauf naja da kommt doch schon wieder einer ne doch da kommt er zu mir nein kommt er nicht gut ich werde eh zum letzten speicherpunkt dann quasi laden müssen wenn ich jetzt beende aber naja ich habe die kein ich habe keine ahnung wo es wie es weitergeht gut ähm dann würde ich sagen wir sehen uns morgen wieder wenn es wieder heißt time to play hier bei metro und ich geh jetzt aber erstmal schlafen denn für heute ist auch wieder genug bis dahin tschüss die 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 die